Herzlich Willkommen bei Aaron liest. Heute mit diesem Buch Der Fänger im Roggen von J.D. Salinger aus dem Jahr 1951. Der Roman ist wohl eine Art Archetyp der modernen amerikanischen Jugendliteratur und handelt von dem 16-jährigen Schüler Holden Caulfield, der als Ich-Erzähler von drei Tagen seines Lebens berichtet. Gleich zu Beginn erfährt der Leser, dass Caulfield schon etliche Male von verschiedenen Schulen flog und aufgrund von miserablen Leistungen und uneinsichtigem Verhalten auch von seiner aktuellen Schule verwiesen wird. Eigentlich beginnen die Weihnachtsferien erst in ein paar Tagen und so lange kann sich Caulfield eigentlich noch in der Schule aufhalten, doch er beginnt auszureißen und sich mit dem angesparten Taschengeld auf eine dreitägige Irrfahrt durch New York City zu begeben, wo es zu zahlreichen Begegnungen und Gesprächen kommt. Dem Leser wird zunehmend klar, dass Caulfield eigentlich hochintelligent und sensibel ist, er hat ein großes Herz und eine gute Beobachtungsgabe, aber er ist emotional sehr instabil. Er neigt zu einem pessimistischen Blick auf die Gesellschaft, die meisten Menschen sind für ihn Heuchler. Er zeigt sich grundsätzlich angewidert von der modernen Welt, der Art und Weise, wie die Menschen miteinander sprechen, wie sie sich verhalten, welche Autos sie fahren und welchen Berufen sie nachgehen. Trotzdem plagen ihn auch einfach grundsätzliche Teenager-Themen. Er hat keine Freundin und er hatte noch nie Sex, obwohl Caulfield sich eigentlich nicht beschweren kann. Er ist bei Mädchen seines Alters nicht gerade unbeliebt, ab und zu trifft er sich auch mal mit einem Mädchen. Vielleicht kann man das als eine Art Thema in Sellingers Werk ausmachen. Caulfield ist einerseits ganz anders als die anderen Jugendlichen seines Alters und doch treiben ihn auch wieder ganz normale Probleme um. Also Caulfield ist eine Art sympathischer Dickkopf, wenn man so will und immer wieder ist man überrascht, dass dieser 16-jährige Protagonist schon sehr viele gesellschaftskritische Beobachtungen macht. Ich komme jetzt zu einer Stelle, die ich vorlesen möchte. Holden Caulfield ist also von seiner Schule ausgerissen und irrt durch New York und da erinnert er sich an eine Freundin, Sally. Die beiden treffen sich und gehen in eine Theatervorstellung. Hier wird wieder deutlich, dass Caulfield ziemlich kultiviert und weit für sein Alter ist und danach gehen sie Schlittschuh fahren und Caulfield ist richtig verliebt in Sally. Dann erzählt er ihr plötzlich, dass er am liebsten mit ihr durchbrennen würde und ein Auto nehmen und losfahren würde und dann irgendwo in der Natur in einer Hütte als Selbstversorger in Massachusetts oder Vermont leben würde. Hier steigen wir also ein mit der Leseprobe. Ich habe gesagt, es wird keine fabelhaften Reisen mehr geben, nachdem ich im College war und so. Mach doch die Ohren auf. Es wäre nicht mehr das Gleiche. Wir müssten dann mit unseren Koffern im Lift hinunterfahren, wir müssten uns von allen Leuten telefonisch verabschieden und ihnen von jedem Hotel Postkarten schicken. Und ich würde in einem Büro arbeiten und einen Haufen Geld verdienen und im Taxi oder mit dem Autobus ins Büro fahren und Zeitungen lesen und die ganze Zeit Brit spielen und ins Kino gehen und blöde Kurzfilme und neueste Moden und die Wochenschau sehen. Die Wochenschau, heiliger Bim Bam. Man sieht immer irgendein blödes Pferderennen und so ein Weib, das über einem Schiff eine Flasche zerschlägt und einen Schimpansen, der in Hosen Rad fährt. Es wäre gar nicht mehr das Gleiche wie jetzt. Du weißt überhaupt nicht, was ich meine. Vielleicht nicht, aber vielleicht weißt du es selber auch nicht, sagte Sally. Wir konnten uns gegenseitig schon nicht mehr ausstehen. Es war hoffnungslos, ein vernünftiges Gespräch führen zu wollen. Ich bereute wahnsinnig, dass ich damit angefangen hatte. Komm, wir wollen von hier weg, sagte ich. Von dir bekomme ich Bauchkrämpfe, falls du die Wahrheit hören willst. Junge, sie stieg fast zur Decke, als ich das sagte. Natürlich hätte ich es nicht sagen sollen und wahrscheinlich würde ich sonst auch nichts derartiges sagen, aber sie deprimierte mich fürchterlich. Im Allgemeinen bin ich mit Mädchen nie so grob. Junge, sie stieg an die Decke. Ich entschuldigte mich wie besessen, aber sie wollte keine Entschuldigung hören. Sie heulte sogar. Ich bekam ein bisschen Angst, weil ich dachte, sie könnte nach Hause laufen und ihrem Vater sagen, dass ich gesagt hätte, von ihr bekäme man Bauchkrämpfe. Ihr Vater war so ein großer, schweigsamer Mensch und schwärmte ohne dies nicht für mich. Er hatte einmal zu Sally gesagt, ich sei verdammt geräuschvoll. Ganz im Ernst, es tut mir leid, sagte ich fortwährend. Es tut dir leid, es tut dir leid, wirklich sonderbar, antwortete sie. Sie weinte immer noch halb und plötzlich tat es mir tatsächlich leid, dass ich das gesagt hatte. Komm, ich bring dich heim, im Ernst. Ich kann allein heimfahren, danke. Wenn du meinst, ich ließe mich von dir heimbringen, bist du verrückt. So etwas hat in meinem ganzen Leben noch keiner zu mir gesagt. Die ganze Geschichte war eigentlich komisch, wenn man es sich näher überlegte, und plötzlich tat ich wieder etwas, das ich nicht hätte tun sollen. Ich lachte. Ich habe immer ein sehr lautes, blödes Lachen. Wenn ich im Kino hinter mir selbst säße und mich lachen hörte, würde ich mir wahrscheinlich auf die Schulter klopfen und mich bitten, ruhig zu sein. Sally wurde daraufhin noch viel wütender. Ich entschuldigte mich noch eine Weile und versuchte, sie milder zu stimmen, aber sie wollte mir nicht verzeihen. Sie wiederholte nur, ich solle fortgehen und sie in Ruhe lassen. Schließlich gab ich es auf. Ich holte mir meine Schuhe und das übrige Zeug und ging ohne sie fort. Das war nicht richtig, aber ich hatte es da schon gründlich satt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, warum ich diesen ganzen Unsinn mit ihr anfing, das Gerede über die Fahrt nach Massachusetts und Vermont und so. Vermutlich hätte ich sie gar nicht mitgenommen, falls sie dazu bereit gewesen wäre. Sie war nicht so, dass man mit ihr hätte fortgehen können, aber das Schreckliche an der Sache ist, dass ich es wirklich meinte, als ich ihr den Vorschlag machte. Das ist das Schreckliche daran. Ich bin wahnsinnig. Also, hier wird sehr viel deutlich. Zum einen neigt der junge Caulfield eben zu einem gewissen naiven Idealismus. Er findet die Arbeitswelt doof, die Stadt und die oberflächlichen Menschen und so weiter. Und all dem will er eben entfliehen. Gleichzeitig ist er eben emotional auch oft sehr unreif. Er beleidigt seine Verabredung Sally aufs Grobste und dann setzt eine Passage ein, wo sich Caulfield wieder sehr reif, sehr nachdenklich und überdurchschnittlich reflektiert Zeit für einen Jugendlichen. Das Buch hat auch nur rund 150 Seiten. Das ist also wirklich eine kurze Erzählung. Und es endet dann eben damit, dass sich Caulfield wirklich komplett verrennt. Er vergisst zu schlafen, er trinkt und er raucht zunehmend mehr und verliert sich komplett in seine Irrfahrt und seinen Gedanken und irgendwann auch in einem Mangel an Perspektive und Struktur. Am Ende der Geschichte erfährt der Leser, dass Caulfield diese Zeilen aus seinem Zimmer in einer Psychiatrie schreibt. Somit wird am Ende der Geschichte erst aufgelöst, dass die Reise des Holden Caulfield mit seiner Einlieferung in eine Heilanstalt endet, was dem Ganzen natürlich eine weitere Deutungsebene verleiht. Die Tatsache, dass Caulfield als unangepasster Jugendlicher mit seinen eigenen Träumen, Gedanken und Idealen am Ende von der Gesellschaft in eine Art Zwangsisolation verbannt wird, um zur Besinnung zu kommen. Damit stellt der Autor J.D. Sollinger natürlich auch das alte Thema in den Raum. Was ist eigentlich Normalität? Wer bestimmt das? Und wie gehen wir als Kollektiv mit den Andersdenkenden um und welche Form von Gesellschaft haben wir eigentlich als Norm akzeptiert und definiert? Ich denke, mit diesen Fragen lasse ich sie auch schon wieder gehen. Der Jugendroman Der Fänger im Roggen kann getrost als großartige Pflichtlektüre bezeichnet werden und wurde meinen hohen Erwartungen auf jeden Fall gerecht. Noch ein kleiner Funfact zum Schluss. Der Stoff wurde bis heute nie verfilmt, weil der durchaus schwierige Schöpfer dieses Werkes, J.D. Sollinger, die Rechte dafür nie freigegeben hat. Jetzt ist er schon seit über zehn Jahren tot. Er starb 2010. Es gibt also nun Anlass zur Hoffnung, dass es zu einer solchen Verfilmung in naher Zukunft kommen könnte. Wenn Ihnen diese Besprechung gefallen hat, abonnieren Sie doch meinen Kanal. Ich veröffentliche nämlich jede Woche ein Video und damit Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal bei Aaron liest.